Herzlich Willkommen zu den schönsten Zügen aller Zeiten. Das hier gilt als der schönste Zug aller Zeiten. Danach sind die Zuschauer angeblich aufgestanden und haben Goldmünzen auf das Brett geschmissen. So begeistert waren sie von diesem Zug. Lewicki gegen Marshall 1912. Marshall hier mit schwarz am Zug. Seine Dame ist angegriffen. Haltet das Video an und sucht den Zug. Ich verrate ihn euch, er ist wirklich spektakulär. Dame G3. Weiß kann die Dame mit drei Figuren schlagen. Es droht Dame H2 Matt. Ich zeige euch die eine Variante, die anderen findet ihr selbst. Auf Dame G3 kommt Springer E2 Schach, König H1, Springer G3. Der Bauer kann ich nehmen, ist gefesselt. Der F-Bauer kann ich nehmen, ist gefesselt. Der König muss zurück und ich habe einfach eine Figur mehr. Findet die anderen Züge. Was passiert auf F-G3? Was passiert auf H-G3? Ich verrate es euch, es wird jeweils matt. Viel Erfolg dabei!